Willkommen in diesem super ausgestatteten und doch äußerst günstigen Ford Focus Trend. Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Bissmann. Der Motor dieses Focus ist Schadstoff haben Euro 5, somit bekommt er die grüne Plakette. Dank niedrigem CO-Ausstoß fällt auch die Steuer günstig aus. Die Außenspiegel sind elektrisch verstellbar, beheizt und in Wagenfarbe lackiert. Fünf Türen erlauben bequemes Ein- und Aussteigen. Die Türen an diesem Focus verfügen alle über den praktischen Türkantenschritt. Zu den 16 Zoll Sommerrädern gibt es noch ein Reserverad-Notrad. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze sind komfortabel, beidseitig beheizt, der Fahrer ist sogar höhenfeststellbar. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Für Ihre Sicherheit sorgen sechs Airbag, ABS, ESP, die Nebellampen vorne und die heizbare Windschutzscheibe. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt stets für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autosfilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem praktischen, sparsamen, gut ausgestatteten und äußerst günstigen Ford Focus werden Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch verlängerbar bis auf fünf Jahre. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service, da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss. Tschüss. Musik 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 Vielen Dank.